Ey Leute, guck mal, ein ehemaliger BVG-Anleiter. Ja, die wohnen ja jetzt vor kurzem Aussehen. Im LTE, glaub ich. Das ist jetzt der Wagen 830. Das ist nicht ein ehemaliger 21er. Ja. Ihr wisst schon, was für ein Bus war. Schreibt mir mal in die Kommentare, weil ich komm jetzt nicht drauf.